Ich will Freiheit, ich will Gerechtigkeit, ich will Respekt vor den Bürgern, ich will Respekt vor den Bürgerrechten. Ich will keinen Staat, der seinen Bürgern in Stuttgart, Gorleben oder im Netz den Krieg erklärt und davon kommt. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, wo Gesetze an die Maisbietenden verkauft werden. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, wo die Reichen reicher werden und die Armen einen Tritt bekommen, damit sie hier unten bleiben. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, wo alle Parteien inklusive der Grünen sich für Zensur ausgesprochen haben. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, wo Käuflichkeit und Vetternwirtschaft elementarer Bestandteil politischer Umgangsformen geworden sind. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, wo nur Geld eine gute Bildung verspricht. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, wo Schlagstöcke, Wasserwerfer und Pfefferspray den demokratischen Diskurs ersetzt haben. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, denn das hier ist unser Land, unsere Republik. Wir haben in diesem Jahr neun wunderbare Möglichkeiten, diesen Ruck orange zu färben. Hamburg, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Berlin, Werden, Orange. Wir können dieses Jahr neunmal beweisen, dass eine bessere Republik möglich ist, dass mehr Demokratie, mehr Transparenz, bessere Bildung, mehr Gerechtigkeit und verstärkte Bürgerrechte kein Traum sind, sondern eine klare politische Forderung. Wir sind die Partei der Freiheit. Wir sind die Partei der Bürgerrechte. Wir sind die Partei des Grundgesetzes, der Demokratie, der Gerechtigkeit. Wir sind die sozialliberale Alternative zu den müden Lösungen von gestern der Etablierten, weil wir die Partei der Zukunft sind. Wir haben neun herrliche Möglichkeiten, den Bürgern zu zeigen, dass es eine Alternative gibt zu den Lügen und der Korruption, in denen die Etablierten es sich gemütlich gemacht haben. Neun gehörige Hiebe. Wir müssen auch als Bayern, die dieses Jahr selber keinen Wahlkampf zu bestreiten haben, mit voller Kraft den Wahlkampf der anderen Piraten unterstützen. Denn das Ziel lautet Piraten in die Parlamente. Mein Name ist Alex Lessmann und ich bin Pirat. Und ich werde alles in Bewegung setzen, um den Etablierten neun Tritte zu verpassen. Die haben sie auch verdient. Also, wer kommt mit? Nächste Chance, nächste Woche in Ludwigshafen.